Hi Leute, willkommen auf meinem Kanal Elektrik Commuter. Ich bin Andreas und ich bin zu Gast beim Autohaus von Andreas Jungen. Das ist der Andreas Jungen. Schön, dass du auch da bist. Also eigentlich bin ich ja da. Hier, das ist die Emma in der 2022er Version. Und hier haben wir einmal den Kalle in der 2022er Version und den quasi neuen Paul. Der hat kleinere Verbesserungen, aber er ist im Großen und Ganzen noch genau das Gleiche. Der heißt also nicht 2022er Version. Ja, was ich heute machen will, ist einfach ein kleines Unboxing von der Emma. Und wir gucken uns die ein bisschen im Detail an. Die Emma ist quasi baugleich zum Kalle. Hat halt nur die andere Farbe. Aber ich finde, der Karton ist doch ganz schön. Und deswegen sage ich mal, wenn ich schon mal hier bin, dann zeigen wir die auch mal mit. So, dann wollen wir mal loslegen hier. Der Andreas hat das schon so ein bisschen vorbereitet, dass wir das ganz schnell hier über die Bühne bringen können. So sieht es im Karton aus. Da ist die Emma. Das nehmen wir raus. Und da ist das Trittbrett schön in weiß. Als nächstes kleiner Kraftakt. Wobei so schlimm ist es jetzt nicht. Die wiegt ja nur 13 Kilo. Ich muss das hier zuhalten. Denn hier ist das Ladegerät drin. Im Karton gibt es noch eine kleine Tüte. Ich weiß nicht, ob die Dame auch Emma heißt. Aber die ist jedenfalls auf der anderen Seite zu sehen. Ja, schauen wir einmal kurz auf den Karton. Hier steht drauf Emma Set Card. Reichweite 30 Kilometer. Toro-Modus, Bosch-Motor, Wirt-Schrauben. Leicht und kompakt. 13 Kilo wiegt die Emma. Genau wie der Kalle. So, ich habe es beim letzten Mal stehen probiert. Besser ist natürlich, wenn man es hinlegt. Da musst du mir doch ein Messer geben. So. Da ist die Emma. So liegt sie drin in ihrem Bett hier. Ladegerät, genau wie beim Kalle. 42 Volt, 2 Ampere. Ich gucke lieber nochmal nach. Ja, stimmt. Der Lenker. Hier oben, das Kabel ist wieder sehr lang. Das kann man nach unten reinstecken oder nach oben. Wie es am besten passt. So. Jetzt werden noch die Schrauben. Die Schrauben befinden sich hier in den Unterlagen. Zusammen mit dieser Ventilverlängerung. Und hier ist noch eine Abdeckkappe für den Ladeport. Scheint eine Ersatzabdeckkappe zu sein. Die war jetzt beim Kalle nicht dabei. Interessant. Dann schrauben wir hier mal die Schrauben rein. So. Da steht die Emma. Direkt daneben der Kalle. Wie gesagt, einziger Unterschied die Farbe. Und der Karton. Beide haben die neue Lampe. Den gleichen Klappmechanismus wie der Paul. Wir haben drei Bremssysteme. Einmal die hintere Schutzblechbremse. Hinten haben wir eine Scheibenbremse. Und vorne beim Bosch Motor, da haben wir noch eine Motorbremse. Da steht Bosch. Das Trittbrett sieht doch wirklich nett aus in weiß. Ich weiß nicht, wie gut man den Staub denn darauf sieht, wenn man mit den Füßen drauf war. Beim Kalle sieht man es auf jeden Fall ein bisschen. Hier haben wir die Zoom-Bremse, den Einhebel. Die Klinge. Hier beim Kalle sehen wir jetzt mal den mitgelieferten Handyhalter in Aktion. So schaltet man den ein. Und so geht die Beleuchtung an. Die Besonderheit hier hinten ist die Bremslichtfunktion. Das geht bei der Emma natürlich ganz genauso. Im Gegensatz zum Paul hat die Emma, genau wie der Kalle, keine Blinker. Die Reifen sind noch besonders. Wir haben hier 8,5 Zoll schlauchlose Luftreifen. Das haben nur Kalle und Emma. Alle anderen 8,5 Zoll Reifen, die ich kenne, die sind mit Schlauch. Auch beim Xiaomi zum Beispiel. Hier nochmal kurz die beiden nebeneinander. Da steht in Silber Emma drauf. Und da steht Kalle. Das sieht man vom Kontrast ein bisschen besser. So sind die beide von hinten aus. Und hier haben wir den Lenker. An Zubehör haben wir natürlich das Netzteil mit einem EU-Stecker. Eine Schlauchverlängerung mit so einem Dichtungsventil drin. Dann haben wir hier bei der Emma plötzlich noch eine zweite Abdeckung für den Ladeport. Wir haben hier dieses dreieckige Werkzeug. Den Handyhalter, das Handbuch. Da sind zwei Handbücher drin. Einmal für die App und einmal für das Gerät. Und auf der Rückseite haben wir noch die Datenbestätigung. Ja, das war es gewesen zum Unboxing von der Emma. Ja, Andreas, wie sieht es mit der Liefersituation bei Trittbrett aus? Der Paul ist jetzt ausverkauft. Da soll der Nachschub wieder Mitte September, Ende September kommen. Ja, der ist im Moment tatsächlich überall ausverkauft. Ja, der ist überall ausverkauft. Also es dürfte jetzt sehr, sehr schwer sein, noch einen zu bekommen. Ich habe tatsächlich am Montag die zwei letzten verkauft. Und damit war mein Bestand dann auch weg. Wenn sich jemand dafür interessiert, mein Vorführfahrzeug steht noch zur Probefahrt bereit. Bestellungen nehme ich auch gerne entgegen. Ich habe auch wieder vorbestellt für den Herbst. Nur liefern kann ich jetzt im Moment eben nicht. Okay, genau. Ja, und Emma und Kalle hast du in geringen Beständen nur? Ja, Kalle und Emma sind halt wirklich klassische Stadt- und City-Scooter. Dementsprechend hier bei uns in der Eifel, wo es doch sehr bergig ist und eher die Touring-Varianten gekauft werden, nicht so stark nachgefragt. Ich habe trotzdem als Vorführer einen Kalle und Emma immer hier bereitstehen zum Testen. Und auch immer ein bis zwei, eher drei bis vier Fahrzeuge auf Lager, die dann auch direkt mitgenommen werden können. Okay, ja, vielen Dank, dass wir das machen konnten. Ja, dann würde ich mich natürlich wie immer über ein Like und ein Abo freuen. Und dann sieht man sich beim nächsten Mal. Ciao. Tschüss. 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 Tschüss.